Vor 20 Jahren war hier der Ursprung von Neunerhaus. Wenn man sich vorstellt, dass es kalt regnerisch ist, so wie heute, dann weiß man, dass man nicht wegschauen kann und etwas tun muss. Die Menschen brauchen ein Zuhause. Ich war einer der ersten Bewohner hier im Neunerhaus. Ich bin hier eingezogen von der Straße weg. War ganz erstaunt, dass es hier keinerlei Beformung gibt. Auch wenn ich sie nicht gebraucht habe, ich wusste, es ist Hilfe da. So hat es früher ausgesehen und was jetzt daraus geworden ist, alle Achtung. Neunerhaus hat heute drei Wohnhäuser und betreut Wohnungen in ganz Wien. Es gibt ein großes Gesundheitszentrum, das Neunerhaus Café, einen Fußballclub, eine Peer-Ausbildung für ehemals wohnungslose Menschen und sogar ein Tochterunternehmen. Sozialarbeit ist immer überall mit dabei und auch für die Tiere wohnungsloser Menschen sind wir da. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Danke.